Es ist gerade ein ganz interessantes Gespräch. Unter einigem, ich weiß nicht, wie ihr das seht, wenn wir jetzt als Außenstehender so reinkommen. Wir stehen so rum, rede ich jetzt gerade in einem geschlossenen Kreis. Die Leute, die außen rumstehen, sind automatisch außenstehend. Eigentlich stehen wir verkehrt rum. Ich würde euch alle bitten, setzt euch bitte hier vorne hin, so war es ursprünglich auch mal gedacht. Wir reden in diese Richtung, hat eine ganz andere Wirkung und da kann man auch mehr zuhören. Ich habe jetzt leider hier gar nichts groß mitgekriegt, weil jeder im Gespräch war, weil jeder im Ding war. Von daher finde ich es sehr schön, dass wir uns öffnen für alle, die vorbeigehen.